So, Undertale, ein bisschen Undertale, Windchill Edition. Windchill? So. Jetzt gehen wir... Sind wir hier noch? Guck, hier sind wir schon falsch. Weil das ganze Gehege falsch ist. Es sind 1, 2, 3, 4, 5. Zauntor, 1, 2, 3, 4, 5. Hier sind's 1, 2, 3, 4. Zauntor, ach, okay. So, kack. Das heißt, hier hin. Ha, so. Erweitern wir das halt. So. Ist das Gehege jetzt auch richtig groß? Das ist jetzt natürlich versetzt. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt stimmt natürlich das hier alles auch nicht mehr. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe jetzt mal bei meiner Playlist statt auf Random auf Shuffle gestellt und habe gedacht, dass Shuffle dafür sorgt, dass die Playlist jetzt zwar einmal durchläuft, aber dann halt Random, aber irgendwie funktioniert's auch nicht so ganz, kommt mal vor. Oder vielleicht funktioniert's, aber ich habe jetzt die Lieder einfach schon so oft gehört, dass man gerade so vorkommt. Das wäre es gerade zum zehnten Mal beim Tudeln gewesen. Das muss ich mal kurz hin. So, dann geht's hier wieder rein. Was ist denn los mit meiner Nase heute? So, die juckt total. Zack, zack, zack. So, dann geht's hier raus. Das kann alles wieder weg. Das war alles unnötig. Jetzt müssen wir aber das dann alles wieder raus verschieben. Das ist eigentlich so. Finde ich eigentlich auch ganz cool, wenn man hier so durchgeht. Ja, uns fehlt Gravel. Aber dann mache ich das hier auch mal, weil das finde ich irgendwie ganz nett. Oh, ich habe hier hoffentlich eben einen Blockabstand. Ja, doch, gut. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, zack. Zack, und jetzt seht ihr, wie weit falsch das steht. Und jetzt müssen wir hier... Du wirst mich doch verarschen. Weil ich es einfach irgendwie verschoben habe, sind wir hier auch nicht. Das Lied ist leise. Aber gut, dann müssen wir doch wieder weniger aufschütten. Verdammt, was mache ich denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach Gott. Natürlich geht hier wertvolle Folgenzeit flöten. Für jemanden, der sich jetzt wirklich die Folgen gerne anguckt. Mein Beilein übrigens. Aber für jeden, der sich wirklich jetzt diese Folge gerne anguckt, der hat jetzt nichts von der Folge, weil ich zehn Stunden lang meine Fältchen umbaue. So, tut mir leid. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Warte, warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist das jetzt schon richtig? Jetzt bin ich richtig paranoid. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Müsste richtig sein. Ah, paranoider Alien. Wer hätte gedacht, dass Gehiegebauen so schwer ist? So. Hätte mir eigentlich auch auffallen müssen, weil es mit diesem Weg hier nicht zusammenstimmt. Hätte mir auffallen sollen. Hätten die Alarmglöckchen läuten sollen, haben sie aber nicht, weil ich sowas nicht habe. Wer hat sowas? Wenn du Alarmglöckchen hättest, die bei irgendwas ausschlagen, dann bitte ruf einen Arzt. Das ist nicht natürlich sowas. Würde ich mir Gedanken machen. Schizophrän. So. Und dann hier die Dinger. Und jetzt haben wir es aber wirklich endgültig richtig. So. Ah. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Flupp. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gucken müssen wir gar nicht so weit raus mehr. Hier müssen wir noch ein bisschen ausschütten. Also wir brauchen jetzt eins, zwei, drei, vier. Finde ich auch irgendwie aber nett, dass die jetzt hier so eher in der Nähe vom Wasser sind. Da finde ich eigentlich ganz cool. Würde ich irgendwie auch gerne mit einbinden. Und jetzt haben wir noch einen�를常en. Ja. Würde ich mir noch ein bisschen ausschüttert. Und wenn wir jetzt sautungsvolle, das ist ja schon mal, dann würde ich schnell gesnt. Und dann kommt es mal so weiter. Und dann kommt die Dinger. Also geht es ja noch ein bisschen so weit. Und dann kommt das Dinger. Und dann kommt es jetzt mal her. Und dann kommt es so weit auch. Und dann kommt es so weit in der Nähe von der Nähe von hin. Und dann kommt es da mal aus. So, dann haben wir hier alles perfekt zu. Da ist sowieso schon zu. Dann kann hier ja wieder der Weg rein. Da kann wieder der Weg rein. Wollte ich nicht Laternen holen und jetzt habe ich keine. Komische Begebenheiten. So, dann machen wir das hinten zu und dann werde ich gleich gucken, dass wir Schweine und Kühe hier reinbekommen. Zack. Aber dann hole ich jetzt vorher noch Laternen, weil jetzt ist es schön Nacht und jetzt kann ich ganz gemütlich. Jetzt kann ich ganz gemütlich die Laternen anbringen und dann sehen, wie es alles schön aussieht, wenn es ausgeleuchtet ist. Jetzt ist nur die Frage, wo habe ich die Laternen? Dann hier, ne? 63 Stück. Reicht zwar in der Theorie, aber ich habe noch ein Stack Fackeln. Also mache ich mir jetzt nochmal. So. Dann haben wir hier nämlich schön zwei Stacks. Und dann hole ich mir jetzt noch Blackstone. Und da hole ich mir... Die Dinger. Die Polished. Ja, die sehen, glaube ich, ganz geil aus. Boah, Blackstone ist halt echt der Block, den ich schon immer in Minecraft haben wollte. Obwohl mir noch so ein bisschen der Basalt-Block fehlt. Also dieser Basalt-Basalt, wie man den noch von Modpacks kennt, dieser Smooth-Basalt, der halt aussieht wie Stein, nur in schwarz. Der fehlt mir noch. Aber, andernseits, äh, kann man das auch mit Dinger reichen, mit... Also kann man es vielleicht auch mit Concrete-Powder, mit schwarz, reichen. Guck, das ist doch ganz schön eigentlich. So. Dann ist hier nämlich alles schön ausgeleuchtet. Und guckt es euch an, das ist halt genau das, was ich meinte, mit... Ah, wir haben Zig-Touch. Dann balle ich die mal hier hin. Aber die connectet sich nicht, toll. Äh... Wir könnten hier einfach Strings hin machen, fällt mal gerade auf. Dann wächst das da nicht. Also String. 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 Sieht man auch nicht wirklich. String. String. String-Theorie. So. Und Melon-Blöcke. Das sei jetzt ja der Nachteil, dass wir... Oder Nachteil ist es nicht wirklich. Da... Aus einem Kürbis können wir auch nochmal... Ne, können wir gar nicht. Gäste, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, man können sie scheren. Ich glaube nicht, dass man den Karp-Pumpkin dann nochmal zu Seeds machen kann. Aber guckt euch das mal an. Das ist echt schön. Obwohl eigentlich so Lampen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so diese klassischen Lampen im Boden drin, die sich bei Tag ausschalten, würden... Würde ich jetzt auch irgendwie feiern. Feiern, habe ich gesagt, nicht eiern. Was auch immer du jetzt mit Eiern meinst. Das war's. Mm-hmm. Das muss hier nochmal weiter raus. Das muss hier sein. So, zack. 200, zack. So, 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 warte mal. So, zack. 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 Ich glaube, das ist das bessere Prinzip. Das Lied hat mir doch schon mal... Bin ich bescheuert? Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. Ja, das sind einfach zu viele, die kommen weg wieder. Hmm. kommen in den Boden gesetzte Lichter rein. Ich glaube, das ist geiler. Obwohl die Lichter, glaube ich, vielleicht auch jetzt die Gehegelichter genügend abgeben vielleicht, dass ich es hier eigentlich auch ganz schön finde. Kann sein. Sehen wir dann. Aber das sind eindeutig viel zu viele. So. So. Ich freue mich auch auf die Kerzen dann, weil die Kerzen kann man tatsächlich auch so fliegen lassen und da kann man dann so Harry Potter-Räume ein bisschen machen, mit so fliegenden Kerzen. Fühle ich dann schon. So. Zuck. Zuck. So. So. Na, dann ist das hier schön alles beleuchtet. Zack. 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 Mitte ist hier. Zack. 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 Das Lied hat man doch auch schon. Ich sag's doch irgendwie. Oder wahrscheinlich ist jetzt schon die Playlist durch. Ich hab jetzt echt die Playlist wirklich um ein paar Lieder weiter. Also ich hab jetzt echt ein paar wahnsinnig mehr Lieder reingebracht. Und mir kommt doch vor, wir hatten das hier noch nicht, oder? Doch, das hatten wir. Doch, ich glaub wahrscheinlich hatten wir jetzt wirklich schon alle. Ich hab halt echt ein paar viele Lieder hinzugefügt, ähm, die ihr auch in der Beschreibung finden könnt. Diese sind einfach auf meinem Elendsound unter der Minecraft Playlist V2 verlinkt. Allerdings, ich weiß nicht. Es sind immer noch zu wenig. Also ich hab natürlich auch vor, die noch zu weitern. Ich wollte noch mehr hinzufügen, aber ich hab mir gedacht, für heute vielleicht ist schon ein bisschen, reicht schon ein bisschen, aber ist doch echt eine knappe Geschichte. Zack. 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 Also jetzt pass mal auf 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, okay. Also wenn's jetzt alles klappt, sollte ich 1, 2, 3, hier, 1, 2, 3, 4, hier, 1, 2, 3, zack. Genau. Und sollte das in der Mitte mit dem sein. Perfekt. Und dann kommt das hier wieder mittig mit dem, dann kommt hier das, zack, dann kommt hier das wieder, hier Scrabble, perfekt. Dann kommt hier das wieder, dann kommt hier wieder ein Lichtchen hin, dann müsste hier dementsprechend noch ein Lichtchen hin und da, 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 hier, da und da. Und wir haben genügend Blöcke, passt auf. Zack, 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 zack. Ich glaub so hoch war's. Oder war's höher? Das kommt mir jetzt doch so mickrig vor. Nee, zwei Blöcke. Und flupp. Äh. So. Haben wir alles? Ja. Eigentlich schon. Jetzt kommt mir so vor, als würden die neuen Lieder, die ich reingeballert hab, die ganze Zeit spielen. Das ist schon ein bisschen Krabbel. So. Pass mal auf, dass, ja genau, dass das hier nicht passiert. Und das schütte ich später bestimmt mal zu. Das ist schon ein bisschen. aber dann würde ich sagen wir gehen perfekt auf die zwei stunden zu was für mich schon reicht ich schnappe mir die kiste baller die da rein und schnappe ich mir die und dann gehen wir mal zurück uns das hier an und ich war auch mal so ein screenshot dann kann ich den verwenden aber ist doch schön jetzt haben wir hier auch noch mehr kürbisse warte ganz kurz das meine und einer perfekt über der müsste dann hier ja mache ich die die stelle ich dann vielleicht auch mal weg lilypads werden halt noch geil die könnten wir dann auch überall drauflegen weit so viel kommt dann mal hier irgendwann hin und kartoffeln und karotten weiß ich noch nicht aber da braucht auch nicht so ein großes feld die machen wir dann auch mal automatisch mit villager einfach so und somit will ich eigentlich gar nicht lange rum schnacken kann man eigentlich von hier aus was sehen ja fast dann will ich eigentlich gar nicht lange rum schnacken ich beende jetzt einfach die aufnahme macht's gut bis nach dem cut oder zur nächsten folge ihr kennt's ja auf wiedersehen und tschüss und tschüss